Als Fotomodell natürlich klasse. So was hat man wirklich selten, dass man wirklich kapitales, ausgewachsenes Exemplar im Netz hat. Die sind normalerweise so schlau und haben die besten Plätze im Fluss, dass man da gar nicht rankommt. Das ist wirklich selten. Zum Vergleich, das waren die Präparatfotos. Ja, was uns jetzt gefehlt hat, das war der letzte Tag. Was uns gefehlt hat, waren Saueraugen verwendet. Die waren nicht so ganz leicht zu fangen. Man konnte sie ganz gut sehen, aber die waren halt schon sehr schnell. Das war der kleine Sohn von Henni, die uns da vor Ort sehr viel geholfen hat. Das war auch sein Auto. Da haben wir noch ein paar. Da haben wir eine Garnel dazwischen. Das ist eine Form von Ptolemini, Paludikola. Das haben wir kein Wander genannt, weil das Ganze in der Nähe ist. Das ist eine sehr hübsche Form von Paludikola mit gezeichneten Flossen. Dadurch mussten wir ein Bier trinken. Da sind wir erstmal losgezogen und ein Bier kaufen. Das war gar nicht so einfach. Und am nächsten Tag ging es dann auch schon wieder zurück. Tag. 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 Tag.